Liebe Wohnsiedlerinnen und Wohnsiedler, liebe Freunde aus unseren Partnerstädten aus Monde, aus Volterra, aus Schwarzenberg, aus Ostroff, auf Wapé. Herzlich willkommen zum Tag der Partnerstädte 2021. Eigentlich würden wir uns jetzt heute hier treffen und würden gemeinsam feiern zum Tag der Partnerstädte auf unserem Wohnsiedler Brunnenfest. Das ist leider in diesem Jahr pandemiebedingt wieder, auch wie im letzten Jahr, so nicht möglich. Aber ich freue mich trotzdem gemeinsam hier mit meinen Bürgermeisterkollegen aus Wundsiedl, dass wir gemeinsam mit unseren Freunden in den Partnerstädten feiern können. Wir tun das digital, wir tun das in einem digitalen Format und stoßen miteinander an. Wir wollen einfach unsere Partnerschaften hochleben lassen und freuen uns unglaublich darauf, dann im nächsten Jahr wieder beisammen zu sein, zu feiern, zu lachen, Musik zu machen, zu tanzen und Spaß zu haben, zu essen und zu trinken. Und es ist hier jetzt trotzdem der richtige Anlass und die richtige Atmosphäre gemeinsam anzustoßen. Ich sage ganz herzlich Prost in unsere Partnerstädte, alles Gute und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Prost! 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 Prost!